Da hat die FED uns doch die Jahresendrallye versaut. Von wegen neue Hochs. Wir hatten ja überlegt, wenn es tatsächlich neue Hochs gibt, das heißt, der Markt jetzt auch noch das alte Hoch hier durchstößt. Das war ja schon mal so ein bisschen Versuch auszureißen aus dieser fallenden Trendlinie. Wir sind, falls ihr es nicht genau sehen könnt, bei ES. Das ist das Kürzel für den S&P Future, also für das Instrument, was die Institutionals normalerweise im Blick haben. Aber man kann auch das als CFD oder wie auch immer sich anschauen. Trotz alledem, die Abwärtsbewegung, sie hatte hier ihren kleinen Ausbruch nach oben. Wenn der Markt korrektiv runtergekommen wäre, wären das so tolle Zeichen gewesen. Und wenn er dann auch noch hier weiter nach oben läuft, ja dann erst recht, dann werden immer mehr die großen Player in den Markt rücken müssen. So, aber was erzähle ich? Das war eine Option, aber er hat es nicht gemacht. Wir haben gestern schon mal angedeutet, gestern sah das Bild noch in etwa so aus. So sah es aus bis zur Fett. Da haben wir gesagt, naja, ein Fett ist so ein bisschen das Problem, aber zum Augentraining reicht es trotzdem noch. Das ist die starke Seite, das ist die wackelige Seite, das ist hier sozusagen der Entscheidungspunkt. Wird diese Marke durchstoßen, dann ist eigentlich das, was wir hier haben, so ungefähr, das wäre zumindest das Typische, was dann zu erwarten ist. Das geht natürlich nicht immer so, aber so ungefähr, dass man weiß, das ist die Bewegung, die im Anschluss danach kommt. Also hier sehen wir das Ereignis rund um die Fett-Ankündigung. Dann hatten wir hier noch die Pressekonferenz. Da gab es dann noch so ein bisschen Nachhall im Nachgang, wo es ein bisschen hin und her geht. Aber insgesamt ganz klar die Abwärtsrichtung. Also dieses Verhaltensmuster ist auch in solchen schwierigen Phasen vielleicht nicht immer sinnvoll umsetzbar, weil man sich vielleicht nicht traut, weil man sagt, na jetzt, wo es so volatil ist, halte ich mich eher zurück, finde ich alles gut. Aber wir sehen, dass dieses Verhaltensmuster generell eigentlich eine ganz gute Chance hat, sich eben entsprechend zu erfüllen. Wem das hier zu hibbelig war, der konnte im Zweifelsfall immer noch gucken, Abwärtsbewegung, immer wenn es dreiwellig in eine Richtung geht, das Ganze nach unten getriggert wird, ist es offensichtlich die falsche Richtung gewesen. Alternativ, wenn ihr etwas habt, was mehrfach hin und her geht, wobei die Gegenbewegung, bei diesem Teilstück ist Gegenbewegung, das ist eine Aufwärtsbewegung, Gegenbewegung sind also die Abwärtsbewegung, wenn die überschneidend sind, ist das Korrektiv, also dieses gesamte Teilstück. Und wenn der Kurs das Ganze nach unten durchstößt, ist die Korrektur zu Ende und sollte die vorherige dann ja starke Trendrichtung, wenn es so ist, sowas hier sich eben entsprechend nochmal fortsetzen. Also diese Orientierungshilfe, es ist nicht mehr als eine Orientierungshilfe. Viele hoffen oder erwarten, ja, das muss doch jetzt immer und immer perfekt funktionieren und immer zum super Ergebnis führen. Nee, das tut es nicht. Aber es ist eine, wie ich finde, sinnvolle Orientierungshilfe, um einfach zu gucken, kann ich schon, soll ich schon oder eben halt noch nicht. Und da seht ihr, dass wir im 5-Minuten-Chart durchaus da konform unterwegs sind. So, jetzt haben wir aber einerseits immer noch im 5-Minuten-Chart kein Anzeichen für eine Wende. Warum nicht? Es geht ja immer noch nach unten. Was soll ich hier jetzt von der Wende reden? Wir nähern uns allerdings gewisser Unterstützung. Und das ist jetzt mir ganz wichtig, weil viele Leute sagen, ah, da ist eine Unterstützung, dann gehe ich da long. Mach das nicht. Mach das eine Stufe cleverer. Da ist eine Unterstützung, da gucke ich jetzt genau hin. Also nicht jetzt, sondern wenn der Kurs da ist. Richtig, da kann man ja auch jetzt schon mal hingucken. Nein, aber im Ernst, ich gucke, wenn der Kurs jetzt in den nächsten Minuten oder Stunden hier ankommt, dann gucke ich hier genau hin, was er hier macht. Welche Varianten haben wir zur Auswahl? Gehen wir es doch mal kurz durch. Ich mache es mal eine Nummer größer jetzt hier. Das könnt ihr im 5-Minuten-Chart genauso prüfen wie im 4-Stunden-Chart. Natürlich sind eure Erwartungshaltungen im 4-Stunden-Chart etwas größerer Natur. Ihr kriegt es aber auch etwas später mit. Im 5-Minuten-Chart kriegt ihr sowas früher mit. Aber dann ist die Erwartungshaltung auch eine untergeordnete, kleinere Bewegung. Ich denke, das ist inzwischen jedem klar. Denn wenn der erste Teil das hier ist, dann die Korrektur. Und danach, komm, zeichne wir es da nochmal ein. Also wenn der erste Teil das hier ist und ich erwarte, dass sich das hier hinten nochmal fortsetzt. Das gilt natürlich für hinten. Ich habe es nicht richtig, weil da oben fehlt was. Das ist auch ein super Leerbeispiel jetzt. Was ich meine ist, ach komm, machen wir es doch mal für die Hübschen hier. Also wenn das der erste Teil ist, dann ist meine Erwartungshaltung, dass wir das, was wir hier vorne haben, da hinten idealerweise ungefähr nochmal, dass das jetzt millimetergenau stimmt. Das ist Zufall, bitte da jetzt nicht. Also es kann ja noch weiterlaufen. Dann stimmt es wieder nicht millimetergenau. Das ist jetzt Zufall, dass wir das Video gerade zu diesem Zeitpunkt jetzt machen. Aber das ist so eine Orientierungshilfe. Wenn ihr eine starke Bewegungsrichtung habt, etwas klassischerweise dreiwellig oder eben mehrfach hin und her laufend mit Kursüberschneidung, dann sind das korrektive Bewegungen. Das ist eben ein Zeichen, dass wenn es zum Beispiel getriggert wird. Es gibt noch andere Methoden. Ich finde den Trigger aber die einfachste Variante, die offensichtlichste, ohne dass ich irgendwelche Hilfsmittel groß brauche. Man sieht ja das letzte Tief. Das sind dann die entsprechenden Einstiegssignale. So, das ist alter Kaffee. Da zeigt der alte Mann uns hier was aus der Vergangenheit. Das ist immer easy. Das ist klar, dass das klappt. Ja, deshalb, das war nur zum Aufwärmen. Jetzt machen wir da mal eine Stufe neuer. Nämlich, was passiert, wenn der Kurs hier hinkommt? Und hier sind wieder Entscheidungsmarken. Theoretisch sogar schon ab hier. Warum ab hier? Naja, immerhin liegt hier die 100% Projektionsmarke. Das heißt, ab sofort müssen wir damit rechnen. Kann aber auch, wie gesagt, noch bis zu der Unterstützung. Darf auch später noch sein. Das Prinzip bleibt das gleiche. Aber jetzt sind wir so in dem Bereich, wo ich sage, jetzt lohnt sich hingucken doppelt. Aber hingucken, auf was soll ich denn dann achten, wenn ich hingucken soll irgendwo? Ich gucke jetzt da drauf, was macht der Markt? Was hat er denn für eine Auswahl? Variante 1. Er fällt einfach, ne, so wollte ich das nicht. Er fällt einfach weiter. Was kann ich dann machen? Ich persönlich würde da erstmal nichts machen. Da kommen wir gleich noch dazu. Variante 2, was passieren kann? Er hält sich hier auf, macht ein bisschen Pause. Geht zum Beispiel nach oben, tendenziell nach oben. Seitwärts gibt es nicht. Seitwärts wäre eine waagrechte Linie. Wenn es so ist, ist das keine Seitwärtsbewegung, sondern eine Aufwärtsbewegung. Sie ist zwar flach aufwärts, aber sie ist nun mal ganz klar aufwärts gerichtet, weil der Punkt hier tiefer ist als der. Muss es eine Aufwärtsbewegung sein. Und ihr erahnt schon, naja, das sieht ja auch wieder korrektiv aus. Das sieht ja so ähnlich aus wie das. Apropos so ähnlich, das könnte unter Umständen sogar ziemlich genauso auch aussehen. Also ihr seht, der Markt, er macht Pause hier. Er geht in die falsche Richtung. Was war das korrektiv? Impulsiv? Ja, es war korrektiv, wegen der Überschneidung. Ich zeige euch eine andere Variante. Es könnte auch sein, dass es irgendwie so aussieht. In all den Fällen, die ich euch jetzt hier als diese Variante gezeigt habe, ist das Zwischentief ein möglicher Trigger für die nächste Abwärtsbewegung. Das heißt, dass wir nicht nur da durchgehen, sondern wahrscheinlich auch da durchgehen und vorläufig die Abwärtsrichtung nochmal halten. Tipp für die Profis, fünfte Welle, naja, geht vielleicht nicht mehr ewig tief, aber wäre noch denkbar, dass das so die fünfte Welle hier eben nach unten kommt. Also jetzt haben wir zwei Varianten. Variante 1 war, fällt einfach durch, dazu müssen wir gleich noch was überlegen. Variante 2, ab sofort, also entweder an dieser Unterstützung hier, das ist ungefähr beim S&P 500, ich meine, die Tiefseite, die selber finden im Chart, die ist ja hier nicht doof, 3.915, kann auch jetzt sofort jetzt schon sein. Also es kann sein, dass das, was ich hier gezeigt habe, quasi jetzt beginnt, wäre auch denkbar. Aber achtet einfach die nächsten Minuten oder Stunden, je nachdem, auf welcher Zeitebene ihr sein wollt, ob so etwas kommt oder wenn das nicht so aussieht, ob so etwas kommt in der Art. Ja, das muss nicht genau so sein, wie ich das jetzt gezeichnet habe, aber eben korrekt tief, dann habt ihr den Trigger, die Möglichkeit, euch triggern zu lassen, wenn er das letzte Zwischentief, das hier zum Beispiel, oder das hier durchstößt für noch ein bisschen eine Fortsetzung. Ja, aber wer sagt mir denn, dass das genau so passiert? Ja, das weiß ich auch nicht. Es gibt noch eine dritte Variante, die auch nicht untypisch ist, dass er so abprallt. Ja, und dann? Dann haben wir die letzte starke Bewegung nach oben. Und dann suche ich bei der nächsten Korrektur nach unten, zum Beispiel könnte die so aussehen, Einstiegsniveau nach oben, weil das war ja die letzte starke Bewegung. Ich erwarte, dass das eben in diese Richtung geht. So, warum erzähle ich euch das Ganze? Ich habe euch jetzt drei Varianten aufgezeigt und ich kann euch im Vorhinein nicht sagen, welche passiert. Nee, aber Punkt eins ist, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwo hier passiert, alleine wegen der vorherigen Unterstützung und auch wegen der 1 zu 1 Relation, was durchaus für viele, jetzt haben wir doch das gesehen, was wir wollten, dann gucken wir mal langsam. Wir sind jetzt im Bereich, wo das relativ realistisch ansteht, dass das passiert. Also jetzt drauf zu gucken, mit diesen Augen, also mit diesen Gedanken im Hinterkopf, ist durchaus sinnvoll. Und jetzt ist unsere Aufgabe lediglich zu erkennen, ob der Kurs so eine Bewegung macht, ob er so eine Bewegung macht oder ob er so eine. Traut ihr euch zu, diese voneinander zu unterscheiden? Wenn ihr es im 4-Stunden-Chart nicht seht, geht vielleicht auf einen Stunden-Chart, auf einen 15-Minuten-Chart, eben ein bisschen untergeordnet, dass ihr die interne Bewegungsstruktur erkennt. Deshalb habe ich immer gerne vier Bilder. Ich weiß, für viele ist das auf kleinen Geräten nicht so praktisch. Aber hier sehe ich zum Beispiel interne Struktur gar nicht. Hier aber schon. Also diese Abwärtsbewegungen, die ihr hier seht, im 4-Stunden-Chart, die sehe ich hier. Und dann sehe ich, aber hier gab es auch Gegenbewegungen, Rüdiger. Ja, aber die waren nicht überschneidend. Cool. Nicht überschneidend heißt starke Bewegungsrichtung. Also ich habe so ein bisschen den Verdacht von diesem Punkt. Die erste Pause war hier zur Pressekonferenz in 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kriegen wir eher noch mal so eine in dieser Größenordnung. Und noch mal ein bisschen runter. Vielleicht sogar bis zu dieser Unterstützung, die ich euch eben hier genannt habe. Die Zwischentiefs, hier am 7. Dezember in etwa. Und sind witzigerweise die gleichen vom 17. November. Und sind ungefähr auf der Höhe von zwischenhoch 31. Oktober oder was das hier war, so Ende Oktober. Also hier haben wir mehrere Unterstützung und Widerstände. Und meine Einladung an euch, nicht jetzt einfach zu sagen, ich weiß es besser, da macht der Markt bestimmt das. Versucht nicht zu sagen, was der Markt macht. Lasst den Markt das entscheiden und lauft dann mit, wenn er es tut. Und nicht so von wegen, oh, ich drehe den schon mal, den Markt. Das ist, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber aus meiner Erfahrung, an eigener Erfahrung, aber auch an Erfahrung bei anderen, wenn ich das mit beobachte, meistens nicht, dass das klappt. Aber na gut, das solltet ihr selber rausfinden. Aber mein Tipp ist, dies ist ja nicht schlecht, die Idee, aber lasst den, die anderen Marktteilnehmer das oder das oder notfalls, wenn er halt keinen Bock hat zu drehen, das hier ausprobieren. Und dann springt ihr auf, auf der Short-Seite, wenn er das macht. Und wenn er dann doch das hier macht, das musste ich noch erklären, wird er früher oder später trotzdem das machen. Und dann habt ihr hier wieder dann die Einstiegsmöglichkeit für Short. Das ist nur einfach verschoben nach unten etwas. Nur wenn er steil nach oben geht, nutzt das Ding, um dann auf die Long-Seite, zumindest mal zeitweise, aufzusteigen. Und das könnt ihr tun im 5-Minuten-Chart, wenn ihr denn möchtet. Könnt ihr im 4-Stunden-Chart tun, wenn ihr denn möchtet. Und könnt ihr natürlich auch auf Tagesebene machen. Beim S&P fällt mir das schwer, weil die gesamte Aufwärtsbewegung doof ist. Das habe ich aber in den letzten Tagen vielfach schon erklärt. Beim DAX allerdings kann ich mir das sogar im Wochen-Chart vorstellen oder auch beim Dow Jones hier im Wochen-Chart oder auf Tagesbasis, wenn er jetzt tatsächlich das macht. Springen wir kurz zu diesen Indizes auch noch rüber. Wir hatten es angekündigt. Häufiger kann man es eigentlich nicht erwähnen, dass das durchaus ansteht. Das konnte ich euch gestern nicht versprechen, dass er das jetzt macht. Ich weiß ja nicht, wie die Leute auf die Fettinformationen reagieren. Aber dass die Bewegung ansteht, haben wir jetzt nun mehrere Wochen lang besprochen, dass das jetzt oder mehrere Tage lang in dieser Woche oder letzte Woche besprochen, dass das ansteht und dass man damit eben rechnen muss. Eigentlich perfekt, dass er jetzt lädt. Viel mehr kann ich nämlich dazu eigentlich gar nicht sagen. Dann lasse ich ihn hier im Hintergrund mal laden. Ich lade euch jetzt gleich das Video hoch. Das heißt, ihr überlegt euch, ob ihr an diesen Enden, ihr seht hier, immer noch starke Abwärtsrichtungen. Denkt immer dran, wackelig nach oben würde euch nochmal einladen, für weitere Shorts nochmal das Ganze aufzugreifen. Im großen Bild kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das habe ich euch ja in den letzten Tagen so häufig gezeigt, dass ihr wahrscheinlich das schon aus den Ohren raus, dass es euch aus den Ohren rauskommt, ihr das schon blind nachzeichnen könnt, aber ihr versteht ungefähr, worauf das hinausläuft. Und im Kleinen die Chance auf einen Long-Einstieg, wenn eben der Schub nach oben kommt und dann der wackelige nach unten, dann, ja, es ist immer das Gleiche letztlich. Also wirklich überraschend ist es nicht in der Gesamtausprägung, wer jetzt sagt, aber ich habe damit nicht gerechnet, dass es runtergeht. Naja, damit musste man rechnen, war man darauf vorbereitet, also im Sinne von, ich war schon short, nicht notwendigerweise. Also der Short-Trigger ist hier der gleiche, den wir hier hatten, Schub runter, sieht man das blöderweise wegen diesem Laden hier nicht. Ja, super geschickt jetzt, das ausgerechnet jetzt hier gerade, meint hier nochmal nachzuladen hier. Aber ihr seht, hier haben wir Schub runter, wackelig hier nach oben. An der Stelle wusstet ihr, also für die Long-Seite sieht es nicht gut aus. Selbst wenn ihr nicht wagt, short zu gehen an der Stelle, da ist die Long-Seite in diesem Kontrakt jetzt nicht mehr aktuell. Das ist ein Short-Signal und selbst wenn ihr da nicht shorten wollt oder vielleicht nicht könnt, weil ihr sagt, naja, Shorts kann ich nicht, will ich nicht, darf ich nicht, wie auch immer. Aber dann wisst ihr, wenn der Short aktiv wird, also im Markt sozusagen, dann muss ich mich nicht auf die Long-Seite konzentrieren. Also das Prinzip ist da quasi immer das gleiche. So, jetzt hoffe ich, dass euch das ein bisschen hilft. Das muss nicht immer dazu führen, dass ihr den perfekten Trade macht, aber es sollte mindestens dazu führen, dass ihr ein bisschen besser filtern könnt, was die vorrangige Bewegungsrichtung ist, dass ihr vielleicht bevorzugt diese Bewegungsrichtung handelt. Vielleicht sogar dieser Einstiegstrigger, die ich jetzt ja mehrmals erklärt habe, wie man die machen kann, dass ihr die nutzt an der einen oder anderen Stelle und in dem Zeitrahmen, der für euch dann vielleicht auch sinnvoll ist. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße. und ganz liebe Grüße. Untertitelung des ZDF, 2020